Es wird episch, ohne jeden Zweifel. Herzlich willkommen zum World Tag Team Championship PLC Match zwischen Edge & Christian und den Los Guerreros. Holy motherfucking shit. Das wird ein ganz großes Kino hier bei Money in the Bank Pay-Per-View. Heute wird der Sieger entschieden, wer von ganz oben die Gürtel abhängen kann. Und mein lieber Tim, wir haben ja bereits bei der Fede zwischen Edge & Christian und den Los Guerreros einiges erlebt. Im Hardcore-Match haben sich natürlich Edge & Christian durchgesetzt, wie zu erwarten. In den normalen Matches haben sich aber die Los Guerreros durchgesetzt. Und jetzt ist die Frage, was passiert in einem Ladder-Match? Ja, ich denke, dass sich hier Edge & Christian durchsetzen werden. Das taggt hier mit den meisten Siegen in TLC-Matches. Edge, der bis 2007 ungeschlagen war in TLC-Matches. Bis 2006. Ja, bis der Mann kam. Ja, ja. Reden wir einfach nicht drüber und gut ist. Genau. Aber Edge, der sich über die Jahre hinweg halt, der selbst den Undertaker geschlagen hat in einem TLC-Match. Auch interessant zu sehen, dass unten nur einen Tag-Dipitel hängt. Ja. Programmiert doch mal ordentliche Spiele. Dann würden sich das auch Leute angucken. Vielleicht, ja. Ja, es ist schwierig. Die Fede ist ja eigentlich ausgeglichen. Wie gesagt, es kommt immer auf die Match-Art an. Und TLC-Matches, ganz klar, ist Edge & Christians Revier. Man kann aber leider halt trotzdem nicht sagen, weil das sind Matches, die entscheiden sich auch mit Glück ein bisschen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, werden Edge & Christian die Fede für sich entscheiden, Champions bleiben? Oder setzen sich endlich mal die Los Guerreros durch und werden hier neue Champions? Und ich weiß es nicht, ich sage auch Edge & Christian, weil ich es halt einfach glaube, weil ich sage, dass die Los Guerreros nur in normalen Matches eine Chance gegen Edge & Christian haben. Ja, die haben sie, das ist natürlich auch so eine Sache, sie haben sie nie bekommen. Ja. Sie hatten erst das Extreme Rules Match. Genau. Und jetzt haben sie das TLC-Match. Natürlich passend zum Motto des Pay-Per-Views quasi. Ja. Und was, was, ich denke einfach, sie haben sich in den Wochenschance oft durchgesetzt. Manchavo hat mal Christian geschlagen, Eddie hat Edge geschlagen. Genau. In Singles-Matches waren sie teilweise besser. In Tag-Team-Matches haben sie auch gegen die beiden gewonnen, aber halt immer nur dann, wenn es keine Stipulations gab, die Edge & Christian in die Karten gespielt haben. Und da hätten böse, dass Christian gerade ganz, ganz böse in die Ringtreppe reingeflogen. Ja, das ist richtig und solange sie wahrscheinlich die Titelchance auch nicht in einem normalen Match kriegen, wird ihnen der Titel verwehrt bleiben, ist auch meine Theorie. Vielleicht haben sie sich aber jetzt auch gefangen mit dem Momentum, das sie aus dem letzten Monat genommen haben. Jetzt wirft ihr erstmal Christian Edge die Leiter ins Gesicht. Wollte sie da vielleicht eher Scharwo ins Gesicht, aber eher kommt Eddie mit dem Stuhl. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, so ein Konzerto oder so mit einer Leiter vielleicht. Das würde natürlich einiges hermachen. Also, in einem Leiter-Match ist es auf jeden Fall meines Erachtens ausgeglichener als in einem Extreme Rules-Match. Wollen wir mal sehen, wie es am Ende ausgehen wird. Es wird auf jeden Fall ein sehr gefährliches Match. Scharwo jetzt hier mit einem Dragonscrew gegen Edge. Hier haben sich die Pärchen gebildet. Abermals, ja. Christian und Eddie und Scharwo und Edge. Letztes Mal waren es Edge und, äh, und Eddie. Genau. Und Scharwo. Ganz genau. Jetzt hat er diesmal vertauschte Rollen. Vielleicht klappt es ja mit der Kombination besser. Und Eddie Guerrero ist auf dem Weg zum Titel und hat ihn auch schon in der Hand. Aber da ist Christian sofort. Aber Christian kommt rechtzeitig. Und wirft den Herz mit einer Powerbomb von der Leiter. Holy shit. Und Tornado DDT. Man kann keine Minute unachtsam, keine Sekunde unachtsam sein. Ganz genau. Ansonsten kann das hier ganz schnell vorbei sein. Ja, da rüttelt Eddie kurz an der Leiter. Und Christian fällt erstmal runter, ja. Scharwo dominiert hier gerade Edge ein bisschen. Hier mit dem Backbreaker und dem Soccer Kick. Das ist interessant zu sehen. Also, ich hätte Edge stärker eingeschätzt als Scharwo. Aber Scharwo ist bis jetzt hier deutlich am Drücker. Der macht ein bisschen richtig. Aber Eddie dominiert. Also, es ist vollkommen... Oh! German Suplex mit dem Hinterkopf auf dem Stuhl. Böse. Au, 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 au. Edge wirft jetzt die Leiter raus. Vielleicht, weil er merkt, dass die Los Guerreros gerade am Drücker sind. Aber dann holt sich halt Scharwo einfach eine andere. Der schlagt mit der Leiter in den... Die Leiter steht auch jetzt nicht genau in der Regenmitte. Aber sie fällt einfach um. Und hier wieder Dildo mit Backbreaker. Was wird das jetzt hier von Eddie? Oh, ist das hier der Gorris Special in die Ringecke. Au! Und, guck dir das an. Edge und Christian liegen am Boden. Ja, die Los Guerrero sind on top. Kann man nix sagen. Können sich... Komm, Edge jetzt hier mal vielleicht mit dem Backsuplex. Decke durch. Ja, jetzt steht Edge und Christian. Also, ich sag ja, das ändert sich sekundenweise. Jetzt hat Christian den Gürtel. Oh! Oh, er hängt dran. Irgendeiner muss ihn runter. Oh! Hopp, hopp, hopp. Auf den Stuhl. Während er da oben noch gang ist. Holy shit. Da fasst sich Huracan Runner in die Leiter rein. Oh! Swing-Neckbreaker auf die Leiter. Au, au, au. Sag ja, dieses Match ist einfach nur gefährlich. Ein brutaler Move nach dem anderen. Edge jetzt hier. Dieser Sideslam von Edge. Oh, Suplex gegen die Leiter. Die zerfetzt es gleich Halbert. Alter. Harte Aktion jetzt hier. Stark, Edge. Stark, Edge. Move des Abends. Edge packt es derbe ab mit der Leiter. Wirft sie quer über den Riegel. Und Christian ist jetzt wieder oben. Er hat den Gürtel abermals. Ciao, Bo. Oh, der macht es aber auch spannend, der Junge. Nein, nein, nein. Das ist so stark. Stark! Christian! Christian musste... Das war's, das war's. Er hat ihn. Er hat ihn. Das heißt, heute schon wieder zwei Matches, würde ich sagen. Wow. Wow. Das ging schnell. Das ging schnell, aber war klar, dass die TLC-Experten sich jetzt hier durchsetzen und sich das Spiel aufhängt. Ach, doch nicht. Nee, 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 nee. Ja, krass. Da war Christian Kleber, hat Chavo ins Gesicht getreten, Edge hat gerade Eddie dominiert. Und so schnell kann ein Match enden. Da, da sehen wir es nämlich da, dann einfach runtergetreten und dann, ja, hängte den Gürtel ab. Ja, das war's. Und Edgy Christian, bleiben Champions und der, äh, den Oscarers bleibt der Titel weiterhin verwehrt, wie, äh, vermutet. Er kippt jetzt einen Titel ab. Das ist sinnig, denn nur ein Titel ist da, wo der andere es weiß man nicht. Der ist verschwunden. Aber ich glaube, er hält ihn in die Luft. Er hält ihn in die Luft. Der nicht vorhanden hält er in die Luft. Ganz genau so ist es. Ganz gut macht das Edge. Ja, Edge fuckt ja sowieso alles ab hier. Denkt er, ah, jetzt hat er auf einmal Titel in der Hand. Jetzt hat er ihn. Jetzt hat er, ja, jetzt haben sie ihn. Jetzt haben sie ihn. Oh, schau dir das an, die beiden. Wieder einmal die TLC-Könige. Toll, und, äh, Christian hält den Titel von Edge hoch. Achso, ja. Das haben sie auch wieder ganz gut hingekriegt. Glauber. Ja, schau dir das an. So schnell kann das gehen. TLC-Match hier beim Pay-A-B-Money-in-the-Bank. Die Edge und Christian machen da kurzen Prozessen mit den Oscareros. Ja, schade natürlich für die Oscareros. Potenzial war da. Genutzt werden konnte es allerdings nicht. Ja, und so geht Money-in-the-Bank langsam in die letzte Runde. Wir sehen also noch heute, nachdem auch dieser Part hier wieder unter 10 Minuten geht, das nächste Match. Und es ist klar, was es ist. Ich denke, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das große World Heavyweight Championship Match von WWE. Wartet auf euch. Und natürlich noch das Money-in-the-Bank-Match. Das wird noch ganz großes Kino. In diesem Sinne, schaltet wieder ein. Bis dann. Hallo, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's für diese Folge. Wenn ihr eine Menge Spaß hattet, dann gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben, denn das würde mir für die Zukunft sehr helfen. Wenn ihr noch mehr Let's Plays sehen wollt, dann klickt einfach hier links auf die Let's Plays-Spalte, denn dort kommt ihr auf eine Playlist mit über 100 angefangenen Let's Plays. Da denke ich mal, wird bestimmt was für euch dabei sein. Und wenn ihr gerne noch mehr auf Let's Plays habt, dann klickt hier einfach rechts, denn dort könnt ihr auf eine Playlist kommen mit unseren Real-Life-Videos, Frittieren und Co. Da werdet ihr bestimmt auch eine Menge Spaß haben, denn die Videos sind absolut abgefahren. Und wenn ihr in Zukunft den Wolfpack joinen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt unten auf Abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Haut rein.